Der AI-Mode läuft in den USA bereits großflächig und Google macht damit klar, so wird die Suche in Zukunft funktionieren. Auch wenn wir im deutschsprachigen Raum noch nicht betroffen sind, wer Inhalte erstellt oder für Sichtbarkeit verantwortlich ist, muss jetzt verstehen, wie der AI-Mode arbeitet. In dieser Folge zeige ich dir Schritt für Schritt, wie der AI-Mode funktioniert und was du heute schon tun kannst, um dich vorzubereiten. Viel Spaß! Wie funktioniert der Google AI-Mode? Hier ist der Prozess in neun vereinfachten Schritten erklärt. Nummer 1 Anfrage verstehen. Die Suchanfrage ist im AI-Mode nur der Startpunkt. Sie wird als Auslöser genutzt, um mehr Informationen rundherum zu sammeln, nicht als exakter Match. Nummer 2 Kontext erfassen. Google zieht Daten zur Sitzung, zum Gerät, zu früheren Suchen heran. Etwa Standort, Sprache oder Aktivitäten aus Gmail oder Maps oder anderen Tools aus dem Google-Kosmos. Nummer 3 Absicht ableiten. Ein Sprachmodell, aktuell im Gemini 2.5, ermittelt, was der Nutzer vermutlich erreichen will. Sei es informieren, vergleichen oder kaufen. Viertens zusätzliche Suchanfragen erzeugen. Und da erinnere dich an Punkt 1. Die KI stellt automatisch weitere Anfragen, die zur vermuteten Absicht passen. Das heißt, es können Sub-Suchintentionen sein, es können verwandte Suchintentionen sein, etc. Also, falls du die letzte Folge gesehen hast, zum Beispiel beim Thema Rucksack, wurden 75 Seiten abgerufen. Und ich weiß nicht ganz, was Seiten bedeuten, aber wahrscheinlich unterschiedliche Queries, unterschiedliche Aspekte von diesem Kernthema von meiner Frage rundherum. Das heißt, es hat natürlich einen Rundumblick auf dieses Thema, kann viel bessere Ergebnisse liefern. So. Fünftens, relevante Dokumente abrufen. Google erstellt ein maßgeschneidtes Set an passenden Inhalten über alle Varianten der Anfrage hinweg. Sechstens, Anfrage klassifizieren noch weiter. Die KI bestimmt, welche Art von Antwort gebraucht wird. Also, das Format eine Erklärung, ein Vergleich, eine Empfehlung oder eine Transaktion. Das heißt, es braucht Produktvorschläge. Das heißt, dann brauche ich aus dem Shopping Graph den Produktvorschlag und so weiter. Siebtens, passende KI-Modelle auswählen. Je nach Bedarf kommen eben spezialisierte Modelle zum Einsatz. Eben etwa zur Zusammenfassung, zur Produktempfehlung, was auch immer einfach der spezifische Case dieser Anfrage bzw. was eigentlich viel spannender ist, dieser Konversation ist. Nummer acht, Antwort generieren. Die KI erzeugt eine Antwort in natürlicher Sprache aus den verschiedenen Quellen, passend genau zu deinem Kontext. Und neuntens, Antwort anzeigen. Die fertige Antwort erscheint, oft auf der rechten Seite oder irgendwelchen interaktiven Elementen, seien es irgendwelche Produktsachen, wo sogar Reviews zu dem Produkt drin sein und so weiter. Du siehst nicht alles, was die KI abgerufen hat. Es kann zum Beispiel sein, bei dem Rucksack Beispiel, glaube ich, 75 Sachen hat er sich angeschaut, aber in den Quellen sind einfach nur eine Handvoll drin. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke und zeigt einfach, du machst jetzt Inhalte und Informationen, jetzt ist es noch klarer, du machst diese Informationen häufig auch für Maschinen, weil die Customer Journey begleitet der KI-Assistent und ruft Sachen ab, aber ein Mensch liest nicht diesen Ratgeber oder der kriegt nur die fertige Zusammenfassung. Wo kommen jetzt diese Informationen her? Die kommen aus diesem Patent von Google und diese tolle Strukturierung, diese wirklich fantastische, wertvolle Strukturierung kommt von Michael King. Hier ist der Originalbeitrag von ihm. Der ist viel, viel komplexer, aber wenn du jetzt genau verstehen willst, wie das genau funktioniert und du voll technisch bist, dann ist das ein fantastischer, spannender Read. Kommen wir zu den Handlungsempfehlungen bzw. ich nenne es jetzt Vorbereitungsempfehlungen für diesen AI-Mode, der jetzt bei uns noch nicht da ist. Nummer eins, segmentiere deine Zielgruppen viel feiner als bisher. Die alten Suchsysteme, das bestehende Google hat uns immer dazu gezwungen, alles so generisch wie möglich zu machen und alles für jeden zu sein, weil sonst triffst du nicht die Suchintention der Masse und dann kannst du nicht ranken, weil du ja die Suchintention nicht triffst und du hast eigentlich ein Produkt entwickelt, was für jedermann passen muss. Das war eigentlich immer eine grottenschlechte Lösung. Die neuen Systeme werden sich darum drehen, Inhalte und Informationen genau für die Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Und das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch, aber das heißt einfach, ich sollte Inhalte erstellen für spezifische Nutzer-Szenarien, nicht mehr für abstrakte Keywords. Das heißt, ich mache nicht eine Seite zu B2B-Marketing, um für das Keyword B2B-Marketing zu ranken, sondern, hey, es gibt genau dieses Problem, diese Person will es lösen. Das ist genau der Use Case und das ist die Lösung, die ich dafür anbiete. Und diese Art von Inhalt wird viel wertvoller. Nutze dazu eben Mikromomente. Google hat, glaube ich, da so generische Massenvorschläge, wie sie immer haben, sowas wie ich ziehe um, ich starte mein Unternehmen, ich plane Urlaub und so weiter und entwickle für jede Zielgruppe eben spezifische Inhalte, Tools und Content-Hubs, die darauf maßgeschneidert sind. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese generischen Top-of-the-Funnel-Bullshit-Sachen abzudecken, weil da werden sowieso große Brands ranken, extrem viele Zero-Clicks, da wird der User sowieso diesen Ratgeber nicht lesen. Ich will, was ich ja schon seit Jahren empfehle, Tofu und MoFu perfekt abdecken, damit die KI versteht, für diesen User bin ich die perfekte Lösung. Nummer zwei, Sorge für einen breiten digitalen Fußabdruck jenseits deiner Website. Das ist für ganz viele SEOs sehr schwierig. Ich habe da letztes Jahr bei der CampX darüber gesprochen, wir SEOs müssen SEO viel, 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 viel größer denken. Wenn man SEO erfolgreich betreiben will, der Google AI-Mode bewertet deine Marke auf Basis des gesamten digitalen Umfelds, nicht nur deiner Website, weil es ruft ganz viele Sachen ab. Also, es wird wirklich so sein, dass okay, was schreiben andere über dich bei Reddit, was ist in den Rezensionen drin, etc. Das wird alles in Sekundenschnelle abgerufen und fließt ein, ob du jetzt da in dieses Antwort-Set reinkommst oder nein. Das bedeutet, deine Inhalte müssen auch dort sichtbar sein, wo die KI aktiv in diesem Kontext nach Informationen sucht. Das heißt zum Beispiel YouTube, Reddit, LinkedIn in Fachartikeln, in der Presse oder in Foren. Inhalte auf diesen Plattformen werden dann nicht nur vom Nutzer gesehen, sondern eben auch von Google verarbeitet bzw. abgerufen, verarbeitet und interpretiert und dann in den KI-Antworten genutzt. Das heißt konkret, du wirst, egal ob du dich dagegen stemmst, laufend Inhalte auf Drittplattformen publizieren müssen, sinnvoll zugeschnitten auf die Zielgruppe, sauber auffindbar. Zum einen ist das ein zusätzlicher Traffic-Channel. Also, das ist alles nicht neu. Ganzheitliches Marketing, dass es leicht ist für eine starke Marke mit ganzheitlichem Marketing, in SEO erfolgreich zu sein, war immer schon so. Nur, es wird jetzt wirklich, da alles so komprimiert wird und zwar einerseits wird die Kundenreise komprimiert, aber auch die Anzahl an Firmen, Produkten etc., die vorgeschlagen wird, müssen wir hier besser sein als jemals zuvor. Entwickle einfach unbedingt Formate, die sich maschinell gut verwerten lassen. Sei es auf deiner Webseite hinsichtlich Strukturierung, heißt auf YouTube die Videos, die du baust, nicht nur Image-Videos, sondern wirklich Videos, die zitiert werden können. Stelle sicher, dass deine Informationen in Branchenverzeichnissen, Google-Diensten, auf produkt- oder servicerelevanten Plattformen aktuell und konsistent gepflegt sind. Weil ich weiß nicht, also ich weiß, dass von lokalem SEO und Google Business Profil, wie wichtig das ist. Für eine KI ist das, glaube ich, noch wichtiger, um zu sehen, ist das jetzt eine vertrauenswürdige Information, die ich hier zeigen kann oder nicht oder gibt es da Mehrdeutigkeiten usw. usw. Nummer 3. Messe Erfolg nicht mehr in Klicks. In der KI-Suche im AI-Mode zählt nicht mehr der Klick, sondern die Frage kommt meine Marke in der Antwort vor. Rankings, Sichtbarkeitsindizes, Klickraten verlieren extrem. Abstrus an Aussagekraft. Warum es gehen sollte oder was zählen sollte ist, wirst du genannt in KI-Assistenten entlang der Kundenreise. Das kann sein in AI-Overviews, als empfohlene Marke, als empfohlenes Produkt. Das ist die neue Sichtbarkeit. Wirst du gesucht, Marken suchen, also wo User noch deine Marke explizit suchen, ist ja ein indirektes Signal für Vertrauen, für Popularität, vielleicht sogar für Zufriedenheit. Konvertierst du bei Nutzern, die so vorbereitet wurden, über KI-Assistenten, über KI-gestützte Journeys, konvertierst du da? Ist Zielerreichung gegeben? Wie gesagt, ich habe ja bei der Campix darüber gesprochen, dass moderne SEO sollte auf drei Pfeilern ruhen, nämlich Zufriedenheit, Zielerreichung und Verteidigbarkeit. Auch hier wird es darum gehen. Wir kommen aus einer Welt, wo in den meisten Nischen 97% der Leute, die auf einer Webseite landen, nichts kaufen oder noch viel mehr. Also die meisten Shops sind wir ganz ehrlich. Wenn du den Gesamttraffic rechnest, haben die nicht mal 1% Conversion Rate. Das heißt, wie schlecht war eigentlich die alte Lösung? Die war ja miserabel und jetzt wird es sein, dass wir ganz viel von diesem Traffic verlieren werden, aber wir bekommen weniger, aber vorbereiteten Traffic. Weil wahrscheinlich, wenn der Traffic oder die Person auf der Webseite landet, dann weiß sie schon, ob das als Produkt passt, also von den Anforderungen her, ob das preislich passt und so weiter und so weiter. Die wird sich jetzt nicht dann nochmal fünf unterschiedliche Anbieter ansehen. Das heißt, was jetzt wirklich wichtig ist und es wird unglaublich lustig für große oder einfach traditionelle etwas veraltete. Marken müssen jetzt wirklich, wirklich digitalisiert werden. Nämlich, was biete ich für wen? Und wenn das nicht glasklar ersichtlich ist auf meiner Website, abseits meiner Website, dann wird es für mich ganz, ganz schwierig in einer Welt. Die Suche wird nur größer werden durch AI-Mode, durch ChatGBT. Es werden Leute viel mehr suchen, viel mehr spannende Konversationen haben und so weiter. Aber wenn ich nicht meine Marken digitalisiert habe, oh, oh, oh. Hier nämlich zu tricksen wird nahezu unmöglich werden, weil so viel Kontext vorhanden ist bzw. nicht vorhanden ist, sondern verarbeitet wird auf einen Schlag. Der AI-Mode ist in den USA live, nur noch nicht bei uns. Aber wer Websites plant, Websites betreut, Kampagnen verantwortet, sollte sich jetzt überlegen, was in seinem Setup noch funktioniert, wenn die klassische Suchergebnisseite durch eine KI-Konversation ersetzt wird. Die Frage ist, sind deine Inhalte, deine Strukturen, Daten, Strategien überhaupt anschlussfähig für ein System, das nicht mehr primär verlinkt, sondern direkt antwortet? Und da spreche ich zwar in diesem Kontext jetzt über den AI-Mode, aber es gilt genauso für ChatGBT Search und vielleicht andere Produkte, die wir hier noch sehen werden, weil es wird einfach in Richtung KI-Assistenten gehen. Wie lange es dann braucht, ist unbekannt. Aber wir sind wirklich schon weit und heißt es, dass wir alle Intentionen und alle Situationen in so etwas wie den AI-Mode, dass das schon gelöst werden kann, würde ich sagen, nein. Aber es wird sicher in den nächsten paar Jahren soweit sein und ich glaube, dass der AI-Mode sehr bald auch bei uns sein wird. Wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.